So, 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 YouTube, hallo, herzlich willkommen zum zweiten Teil. Wir sind gerade nach einer heftigen Tour von 50 Minuten durch Brasilien gesteppt und haben dann herausgefunden, dass wir in die Straße reinfahren konnten und haben dann die Stelle sofort identifizieren können. Es war eine sehr lange Straße, die einmal durch die halbe Provinz ging. Und ja, wir haben es aber geschafft. Und es stehen aber noch Runde 2 und 3 aus, die wir ein bisschen aufgesplittet haben. Weil, falls wir jetzt wieder irgendwie ewig in Ungarn brauchen, Centrisportiv, Italien. Dann ist das vielleicht besser, wenn ich das gesplittet habe, die Folgen. Oder wir haben zwei kurze Folgen, dann wäre das vielleicht kloof, dann müssen wir gleich noch ein bisschen 10 Minuten Flaggenraten machen. Aber ich denke nicht, dass ich das so schnell finden werde. Oder ist das Frankreich? Nee. Das sieht aber französisch aus teilweise, aber... Egogea, Central, Center? Das Schild sieht halt nicht französisch aus hier. Vielleicht sind wir in der Schweiz? Gelbe Radwege. Riverand accepté. Das kenne ich ja gar nicht, das Schild. Ah, Schweiz. Okay. Das erklärt auch einiges. Kein EU-Land. So, und dann in dem französischen Teil. Wahrscheinlich Richtung... Irgendwas. Versoie. Oh, sehen wir das vielleicht. Sauvernie. 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 Sante Croix. Nee, wir suchen Versoie. Versoie. Sante Gea, Assier, Gex. Okay, hier unten ist nur Genf, nicht? Also, da würde ich dann auch erwarten, dass... Da, Gex. Da sind wir. Dann sind wir doch vielleicht in Genf. Da steht nicht Grenze dran. Vielleicht sind wir auch in Frankreich, nicht? Kann auch sein. Aber da hinten war ne... Na gut, Frankreich-Flagge kann ja rübergezogen sein. Lafossil. Chessy. Wo ist denn Sauvernie? Sauvernie ist hier. Gex Sauvernie. Dann kommen wir aus der Ecke. Versoie ist da. Mies müsste dann hier sein. Ne, Chavann de Bois. Okay, das hier unten zählt dahin. Die hier zählen dahin. Sehr gut aufgeteilt. Und da müsste Mies... Ja, Richtung... Norn sein. Hä? Da ist Mies. Passt sogar. So. Ähm... Ähm... Und wir... Ekogea. Auf Höhe Ekogea. Das Ekogea. Und das liegt Richtung... Westen. Das heißt, wir müssen hier irgendwo sein. Haben wir einen Kreisverkehr? Nein, wir kommen aber auf den Kreisverkehr zu und der liegt nördlich. Also sind wir hier. Und das ist eine Sackgasse? Wäre sie nicht. Ja, der Parkplatz ist eingezeichnet. Aber warum ist das als Sackgasse eingezeichnet? Das würde er hier... Auch nicht. Hier ist auch noch ein Kreisverkehr. Hier auch. Oh. Hier auch. Eieieiei. Okay. Kreisverkehr ist gefährlich, merke ich gerade. Ähm... Können wir da reinfahren? Nicht, oder? Können wir hier reinfahren? Ich meine, die Straße führt nach Savoir. Aber die hier halt auch. Wenn wir den Namen von der wüssten, wir halt... Irgendwie sicher. Hier kommt auch ein Kreisverkehr. Und das ist aber ein kleiner... Da, ich glaube, das ist der hier. Dann sind wir... Aber hier ist ja keine andere Straße. Wir sind ja nicht am Kreisverkehr. Aber nicht, dass wir hier stehen. Und das der ist? Ne, so sieht der nicht aus. Koloxbox. Ja, führt der sogar. Würde stimmen. Und... Gimpf. Ja gut. Würde ich jetzt nicht unbedingt über den hier fahren. Aber der führt halt auf die... Ne, der führt auch nicht auf die Autobahn. Ja gut, indirekt. Aber eigentlich... In die andere Richtung. Ähm... Aber vielleicht steht da ein Straßenname dran. Dann steht irgendwas. Fahr hin. Chimie du Biolet. Okay, dann stehen wir da. Und zwar an... In der Stelle. 2,23 Meter. Sehr gut. Haben wir auch die Schweiz besiegt. Und damit kommen wir zu... Runde 3. Und damit es länger dauert, sage ich einfach... Oh, das dauert nicht lange. Perth. Okay. War jetzt doch nicht wirklich so lange. Perth in 204 Kilometern nach Westen. Das heißt, wir sind hier. Jetzt grenzen wir es ein. Burnbui. Burnbui. Okay. Burnbui. Burnbui irgendwo. Mach mal Piep. Bremer Bay. Ach, da ist Bremen. Oh, und da unten ist Dänemark. Na, guck mal an. Das wusste ich doch schon immer, dass Bremen neben Dänemark liegt. Ja gut. Es sind echt wahrscheinlich sogar dichter als hier die beiden Sachen. Ball. 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 Kanada. Ja, fast. Burnbury. Hier, in die Richtung geht's. Und jetzt... Boi... Boi... Jupp... Brook. Busselton. Bridgetown. Bangalup. Ne. Boi... Jupp. Boi... Jupp. Boi... 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 Jupp. Younglingjupp. Bora... Borellington. Das kann ja nicht so weit weg sein von dem Das sind 20 Kilometer Die sind 20 Kilometer auseinander Das heißt Das muss in diesem Umkreis zu sehen sein Das hier wird es sein Was keinen Namen hat Da ist es doch So da sind wir 13 Kilometer von entfernt So und 13 Kilometer sind hier Ja ungefähr das Also sind wir hier so Warum da nicht Argyle dran steht als nächstes Und wir fangen gerade raus aus Donnybrook Und die Straße geht Südost Jetzt ist die Frage Wie weit geht Donnybrook raus Okay Jetzt brauchen wir einen Straßennamen Highway 1 Ja stimmt Hätte ich auch gucken können Hätte ich auch gucken können Wäre zu einfach gewesen Ich wollte Donnybrook so finden Tidy Towns So Straßenname Wir brauchen keine Tidy Towns Wir brauchen Straßennamen Towns Nicht mal stehen die ja hier dran 2 Acres 2 to 7 Acres Nur für 195.000 Das ist Leben Hilft mir nur nicht Turn right Apple Fun Park Hm Warte mal hier Das Gebäude heißt Donnybrook Glass Vielleicht hilft mir das Besser Donnybrook Glass Okay Auf der Höhe Und Donnybrook Glass liegt Genau gegenüber von uns Ja was ist denn das für ein kleines Ding Jetzt ist es weg Wo war Donnybrook Glass Das ist es schon Okay Das kleine Ding da Hätte ich mir gerne mal angeguckt Das sieht aus wie eine kleine Kutsche Oder so Ach ne Das sind Motorräder Auch vom Weiten Sieht das aus wie eine Kutsche Oder so Okay Und wir sind vor der Kreuzung Und gucken Richtung Südosten Und hier teilen sich die Straßen Ach du Scheiße Und wir sind auf der Höhe Da ist noch ein Haus Hinter dem Haus Ah da Irish Town Road Passt Wir sind ja genau da Bango Bongo 20 Meter Noch weiter hinten Okay Ich dachte wir sind genau auf der Höhe Hier von Damit haben wir es Geschafft Das ging jetzt aber fix 12 Minuten 41 Minuten haben wir in Brasilien verbraucht In der Schweiz 6 Minuten 15 Und in Australien 5 Minuten Super Hätte ich gewusst Dass ich für die nur 11 Minuten brauche Dann hätte ich das ja mit denen zusammen machen können Arrrr Nicht wahr Toll 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 Aber ich kann euch Ihnen mal einen anderen Modi zeigen Und zwar einen sehr interessanten Und zwar die Midpoint Madness Das können wir mal machen Und da sagen wir mal Wir müssen zwischen 3 Punkten herausfinden Wo wir sind Ne sagen wir mal 2 2 ist ok Ähm Das ist vielleicht einfacher Und starten Das ist nämlich auch Ganz interessant Ah jetzt habe ich 3 Runden gemacht Gut wir müssen ja nicht so genau machen Ähm Und zwar müssen wir jetzt herausfinden Wo wir hier sind Das ist der erste Startpunkt Ich würde natürlich Thailand mal spontan nehmen Oder Indonesien Aber das ist natürlich riesig Das Gebiet Hatte Hattie 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 Dann ist es aber Malaysia Kebun Tanakas Desateka Kebun Desa Kerang Uran Lampami Ok Sagen wir mal Wir sind ungefähr Hier Das ist der erste Startpunkt Und dann ist das hier der zweite Startpunkt Und der liegt Ich würde sagen Mexiko Die Sonne ist im Süden Also sind wir im Norden Dahinten sind auch keine Jurten Also sind wir in Mexiko Mexiko Wer weiß nicht Da Und dann wäre nämlich unser Punkt Dazwischen Hier Ok Und dann sagen wir Finish Und dann sind wir Gar nicht so weit weg Indonesien Wir waren hier Auf der Insel Anstatt da Das verrückt das ein bisschen Und dann Kanada Äh Mexiko Oh wir waren In den USA Und nicht in Mexiko Ja Und dadurch verschiebt sich das Nicht Und dann kriegt man die Score 2001 Anstatt 6000 Ich finde es ganz witzig Ist aber schwierig Da Fullscore zu machen Oh Zweite Runde Machen wir auch Schnell Franzisko Come on Perse Ecuador Okay Gehen wir hier nach Quito So Und dann der nächste Clou Afrika Botswana Oder Ne Eswatini Swaziland Was ist denn hier für eine Safari los gerade Hüpfende Antilopen Geier über unseren Köpfen Die uns auffressen wollen Heftig Okay Das muss aber echt eine Safari sein Oder Affenbrotbaum Sind schon wieder Tiere Ja Schöne Schöne Ecke Dass das noch nicht alles zugebaut ist Ist doch sehr sehr gut Ja Ist das Wasser Das Wasser Im Süden Und kein kleines Wasser Also entweder hier Oder wir sind wirklich hier irgendwo Ich sag einfach mal da Und Dadurch wäre dann der Endpunkt Dort Okay Ich geh mal hier auf Berairas Und Oh Uganda war das National Park Okay Hätte ich nicht erkannt Das sieht ja krass aus da Richtig hübsch Und Ecuador Ja Höhe Quito wäre gewesen Nicht Aber durch Afrika Leichte Abweichung Bong Bong Hier Abweichung Bong Gleich keine Punkte Ja Also wenn man das auf Full Pinpoint macht Dann kannst du nur Eine oder zwei Runden machen Weil das richtig viel kostet Ravine de Rousseau Okay Das ist Klar Wir sind auf Reunion Und das Wasser liegt im Westen Äh Dann sind wir wahrscheinlich Auf Wollen wir mal Wo ist hier Wasser Saint Etienne Wo ist Saint Rousseau Hier der vielleicht Oder du Grand Ravine De Betrois Boisson De Saline De Gilles Naja okay Sagen wir mal da Und der nächste Clou Wäre Bei Pillar Naturpark Kaunagrad Erholungsraum Klausborn Sparkasse Hotel Weißt du So richtig geile Hostel Rutsche Richtig geile Startpunkte Piztal Äh Ich weiß leider nicht Wo das Piztal liegt Ich weiß nicht mal Welches Land Äh Sagen wir Sagen wir hier Achso Ne Sagen wir da Rechtsklick Und jetzt Linksklick Wo kommt der hin Nach Somalia So Gehen wir da hin Dingo Dongo Österreich Oh Richtung Wenzmeer Also War in eine andere Richtung Und Mauritius Reunion Haben wir sogar Ich glaube wir haben wir Sogar genau getroffen Oder Oh Also Reunion War richtig einfach Aber Ja gut Hier hätte man sich Hat ein bisschen Zeit Lassen müssen Hätte man das gefunden Ich finde den Modus Ganz cool Aber man braucht Doppelt so viel Zeit Weil man halt Zwei Punkte finden muss Und ich glaube Das ist ein bisschen Zu viel Ähm Vielleicht mache ich irgendwann Mal eine Serie Mit Äh Ja Mit dieser Sache Weil es macht schon Spaß Es ist nochmal ein bisschen Was anderes Und da musst du wirklich Genau sein Weil 40 Meter Abweichung Würden dann bedeuten Halt schon Äh X Meter Abweichung Für den Endpunkt Und man kann ja Durchaus sagen Man macht hier nicht nur Zwei Sondern Vielleicht sogar Ja das könnte man machen Man sagt einfach Vier Dinger In einer Runde Und sagt dann hier Bang Bong Bong Bang Und dann sagt man Man ist da Und So könnte man das Natürlich auch machen Man kann das auch Mit dreien nur spielen Wäre vielleicht auch Noch eine Überlegung Das mit vier Fände ich eigentlich ganz gut Wenn wir das vielleicht machen Aber die Überlegung Werde ich Anstellen beim nächsten Mal Wir haben auf jeden Fall Unsere 18k heute Alle tippitoppi gehabt Alle Folgen Die wir aufgenommen haben Heute Haben super gepasst Und wir sehen uns Und wir sehen uns beim nächsten Mal Wieder Und wir sehen uns beim nächsten Mal Und wir sehen uns beim nächsten Mal